Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute in Mongas. Wir sind wieder eine super coole Clique. Kein Walkout, schade. Wo ist rum Atra jetzt? Was will der? Ist der krank? Was will Brandon von mir? Gar nichts, sehr gut. Bisschen zu voll gemacht. Da ist er. Ich lauf hoch. Ich lauf hoch. Guck, ob hier was ist. Hier ist bestimmt eine Leiche. Schade. Wer ist rum Atra gewesen? Was ist rum? Okay. Cafibra, danke für die 5 Sub. Lol. Ähm. Lol. Ich habe Caruso gefunden. Wo? Caruso lag in theoretisch Office. Wenn man von Specimen hochkommt, nicht in den Raum vor Specimen, aber im Gang, wenn man Richtung links dann rauslaufen will. Warst du admin oder was? Ja genau, aber er war halt in der admin drin theoretisch. Im Gang da irgendwie. Hat jemand Kevin gesehen? Kevin ist tot. Ja, ja, ich weiß. Am Anfang ist er mir, als ich unten bei O'Too raus bin, ist er rein. Und da waren noch Umatra und Trimax. Okay, äh, wer war in Laboratory? Ich am Anfang. Am Anfang war ich auch da, ja. Wer war Specimen? Ich war ganz am Ende in Laboratory. Ich war alleine als Specimen. Du warst alleine als Specimen. Max, Umatra und ich waren die ganze Zeit zusammen, außer die ersten 12 Sekunden. Da wusste ich nicht, warum er nicht mit mir zusammen rumläuft. Aber es macht ihn ein bisschen Sass. Ja, ja, aber in den ersten 15 Sekunden kannst du ihn halt umbringen. Nee. Das geht nicht. Cool, dann. Okay. Ich war auch in O'Too am Anfang. Umatra, ich mach eine Team. Macht gerade einen leichten Sass auf Max. Könnte sein, dass die beiden gestackt haben. Fabo, wo warst du? Am Ende jetzt bei Licht. Okay, Danny? Ich war O'Too. O'Too. Und wer war noch O'Too? Brandon, ne? Ich war auch in Richtung... Ja. Brandon, hast du Danny gesehen? Hm. Warte, also ganz am Ende war ich nicht O'Too. Ich bin Richtung Communication gerade gelaufen. Ah, oh no. Okay, wieso korrigierst du jetzt nochmal, wo ich versuche zu proven? Bro, weil ich mich gerade nochmal erinnert habe. Ah ja, das kommt gerade. Das war vor zwei Minuten und jetzt willst du... Oder vor einer Minute und jetzt erinnerst du dich neu. Bro, ich hab noch nicht gesagt, boah, ein, zwei Minuten. Ich war... Fabo, okay, 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 okay. Ich hab gewotet. Nein, 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 Mann. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Beweise. Das ist klar, mit bisschen schnell, Max. Also, wenn ich kurz sagen darf, Max ein bisschen seltsam mit diesen 12 Sekunden. Das macht keinen Sinn, was er wieder gesagt hat. Das kann auch einfach nur Max gewesen sein. Ich würde sagen, Danny und Max ein bisschen im Auge behalten. Kann mich aber da auch irren. Ich finde auf jeden Fall Danny gerade seltsam, dass... Um Matra, sag bitte was. Seit wann warst du hier die Moderation, Rebi? Ja, weiß ich auch nicht. Der labert auch... Sie hat auch dreimal Scheiße gelabert gerade. Ja, ja, ja. Sie hat scheiße. Ja, tja. Hab ich mir auch gesagt, aber ich wollte nichts sagen. Habt ihr Rebi gewartet? Ich hab nicht Rebi gewartet. Hä? Ich hab halt geskript. Warum, um Matra? Das macht gar keinen Sinn. Er wartet Rebi. Ey, nicht, dass wir auch bei der Info sind. Das knenkt aber auch. Weißt du? Ja, weil ich auch zu klug bin, ne? Ja, ja. Das war alles falsch. Ja, Rebi, wir haben Schott von Karose. Rebi, wir nimm die Moderation. Das war alles Trash einfach. So, wo ist denn Matra jetzt hin? Da ist er. Ich hab jede Runde die Aufgabe. Ich darf nicht wirklich einfach ein bisschen metamäßig saß. So, wo ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020